Ja, hallo ihr Lieben, ich bin es wieder. Ja, ich habe heute ein Kirchen zum ersten Mal hier bei uns und sehr sehr aufgeschlossen, sich zu verändern, einen neuen Look möchten die gerne haben. Und konntet ihr mir ein bisschen erzählen, wo ihr hier kommt? Wir kommen aus dem Saadach, also in der Nähe von Bad Rücken und durch das Internet habe ich sie gefunden, hat gegoogelt und ja. Ah, super, da haben wir halt diese ganzen Videos von YouTube angeschraubt. Oh ja, wow. Wir waren begeistert. Super, das freut mich sehr. Und bei dir ging es genauso? Die Frau hat entschieden. Die Frau hat entschieden, auch nicht schlecht. Das macht wirklich Spaß. Du musst mir was beibringen, wie das geht, dass dein Mann alles macht, was du brauchst. Weil deine Haut so etwas heller ist, dass es nicht so belastet und das wird so ein bisschen schokoladig mit ein paar karamellfarbigen Strähnen und ja, lass dich auch überraschen. Und zwar, du bist jetzt so erkraut geworden, so mit 19 Jahren, hast du mir gesagt. Das muss man einmal hier zeigen, das ist wirklich ein Wahnsinn, also wenn man das in der Kamera hat. Das fand ich also so jung. Und gut, dann hast du diese Farbe von Schwarzkopf, dieses angebliches Versprechen, dass wenn man es nimmt, an die ursprüngliche Farbe zurückkommt. Und leider ist es dermaßen schickig geworden. Also, liebe Leute, ich würde sagen, die Finger von lassen, das bringt wirklich nichts. Also das sieht man auch hier. Wir haben alles mögliche, braun und schwarz und so weiter. Und ich muss jetzt schwer nachdenken, wie ich das dann hinkriege. Aber ich würde sagen, auch da bist du ja aufgeschlossen und du vertraust mir. Dann würde ich sagen, ja, ich werde, also lass dich überraschen. So ähnlich wie Victoria Beckham werde ich dir die Haare schneiden. Und dann nehme ich hier Espresso, das ist ein Gen ohne Alkohol. Das würde ich empfehlen. Das kannst du auch aktivieren mit Wasser. Da gibst du einfach, gehst du rein und fixierst du die Spitzen, damit du diesen nassen Look hast. Das ist ein Gen ohne Alkohol.